Die Promi-News des Tages im Gala Ticker Sarah Engels spricht über ihren Lieblingsmoment plus 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 das ist Bushidos Spitzname für Anna-Maria Fatschichis Babybauch plus 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 so intim hat sich Anna Sherry Powa auf Instagram selten gezeigt. Die Promi-News des Tages im Gala Ticker 10. September 2021 Sarah Engels spricht auf Instagram über ihren Lieblingsmoment Sarah, 28, und Julian Engels, 28, schweben auf Wolke 7. Das Paar feierte im Mai dieses Jahres eine Traumhochzeit, aktuell ist Sarah mit dem gemeinsamen Baby schwanger. Punkt. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem romantischen Leben teilhaben und dürfte beinahe vergessen, dass auch Pietro Lombardi, 29, einmal eine große Rolle darin spielte. Zusammen haben die beiden Sohn Alessio, 6. Von 2013 bis 2019 war das Ex-Paar außerdem verheiratet. Doch davon scheint nicht mehr viel übrig zu sein. In einer Frage-Antwort-Runde schwärmt Sarah von ihrer großen Liebe Julian. Die Sängerin forderte ihre Fans dazu auf, einen Satz vorzuschlagen, den sie dann beendet. Zu dem Satz mein schönstes Erlebnis war bis jetzt. Schreibt die 28-Jährige zunächst, es ist schwierig, das auf ein Erlebnis zu beschränken. Dann wird die The Masked-Singer-Gewinnerin aber doch konkreter. Alessio das erste Mal in den Händen zu halten, war etwas ganz Besonderes. Genauso wie der Heiratsantrag oder die Hochzeit mit Julian, so ihre Antwort. Ein Foto zeigt Sarah, Julia und Alessio auf der Engelshochzeit. Dazu schreibt die Musikerin, Familie ist alles. Beiträge, die Pietro Lombardi einen Stich ins Herz versetzen dürften. Anna Maria Fatschichi Mein Mann sagt, ich sehe aus wie Obelix, Anna Maria Fatschichi, 39, und Bushido, 42, fiebern der Geburt ihrer Drillinge entgegen. Der errechnete Geburtstermin ist der 16. Dezember geplant war, die Babys im Oktober zu holen, verriet der Rapper vor einiger Zeit im Gespräch mit Bunte. Die Schwester von Sarah Connor, 41, kommt körperlich an ihre Grenzen, merkt, wie in den letzten Wochen alles beschwerlich wird. Nicht nur die Schwangere bekommt ihre Babykugel zu spüren, wie riesig ihr Bauch heranwächst, entgeht auch dem werdenden Papa nicht, der seine Frau jetzt damit aufgezogen hat. Mein Mann sagt, ich sehe aus wie Obelix, schreibt die werdende Drillingsmama zu einem Babybauchfoto auf Instagram. Lachen kann sie über diesen anscharmanten Vergleich offenbar nicht, wie der Schnappschuss beweist. Wer könnte ihr das verrübeln? Schnappschuss